Nee, das will ich nicht. Aus den Bären kann man nichts machen, das weiß ich schon. Dit weiß ich schon. Aha. Ach, ich muss ins Hickhackding rein. So. Oh nee, das muss ich jetzt wieder ins Inventar haben. Oh mein Gott, das Kochen ist ein bisschen kompliziert. Von da wieder da rein, von hier wieder nach da. Kann das aber echt immer noch nicht glauben, dass das denn gekriegt hat. Was? Nicht was. Ich weiß schon was. Ey, die Kisten, die danzen. Dancing! Ich weiß, hab ich schon gesehen. Was? Ach so, dass ich in die Luft gegangen bin. Hm. Quatsch. Da ist nichts passiert. Nein. Nein, ich habe geträumt, ne, und dann bin ich rumgewandelt, und dann habe ich einfach die Sachen versteckt. Ja, ja, ja. Ich muss jetzt erstmal Eisen. Ich bin da. Wenn ich hier wenigstens in die Kisten Eisen reinge. Das ist echt so eine Knalltüte oder so richtig. Warte, Knalltüte. Du bist so weh. Du bist so weh. Du bist so weh. Vielleicht bist du richtig behindert. Kohle hab... Oh, ich hab noch Kohle. Oh, ich hab noch Kohle da drinnen gehabt. Ne. Oh. In meinem... In dem Ofen in der Küche? So. Da muss ich jetzt mal Kohle rauskucken, dann habe ich keine Fackeln. Und die Redwood kann ich nicht in Sticks. Jetzt kommt hier auf die Workbench klicken. Das kommt nix. So. Okay, ich brauch wieder eine Workbench. Zwei viel. Zum Mitnehmen. So. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich mir ja wieder was craften. Jetzt brauch ich wieder Rucksäcke. Nackt ist nicht. Brauchst du gar nicht. Warum nicht? Darum. Weil die Sachen geht schon wieder verloren. Ja. Quatsch. Wie gesagt, ich hab nur geträumt, okay? Und als ich aufgewacht bin... Ja, da waren die versteckt. Machst du nicht. Doch. Glaubst du mir jetzt nicht, ne? So ein Spinner. Das im Chat, das ist ne Lüge da. Flash, äh... Was blown by Creeper. Naja. Das ist ne Falschaussage vom Spiel. Sagen sie immer alle. Oh. Fällt grad ein, was da noch drin war. Ja. Wetzt doch. Alles bei sich war halt nicht. Gar nicht. Und vier Öfen. Aber die waren nicht so schlimm. Och man, nervt mich doch nicht bitte beim Handy. Ich werd doch schon von Centus gequält. Hm. Ich und dich quälen, ist klar. So. Achso, ich müsste jetzt... Ich muss jetzt... Nee. Ich muss jetzt Steinwerkzeuge machen. Das geht ja gar nicht. Ja. Und ich musste erst mal einen Beruf des Waldes machen. Hm. Ja, es gab ja noch nie eine Aufnahme. Mann, hallo? Heißt ja nicht Centus? Klar machst du das immer so. Nee, ich hab grad komplett gemutet. Sonst hab ich gesagt. Was wär ich denn für ein Mensch, dass ich das machen würde? Ein Flash. Achso, dann bin ich einfach ein Flash. Alles klar. Ja. Oh, ich brauch noch Stick. Was mach ich denn hier? Scheiße. Hier mach. Hallo. Ich will die Steine nicht mehr haben. Die Sticks nicht mit. Die Kohle nicht mit. Fackeln hab ich. Muss ich erstmal entweder... Geh ich unten in die Mine... Oder... Kill erstmal Kühe. Na, ich geh erstmal in die Mine. Was mu? Ich muss jetzt erstmal... So wie immer. Ich muss jetzt erstmal Eisen fahren. Ich hab kein Eisenwerkzeug für Diamanten. Aha. Wie gesagt, ich hab den... Ich hab den Schatz vergraben. Du musst ihn suchen. Ich weiß auch nicht wo er ist. Du bist so behindert oder so richtig behindert. Oh, verdammt. Weißt du wieviel Holz da doch... Na egal. Wir ähm... Ähm... Also ich... Ich hatte niemals Rucksäcke mit dem Metall, okay? Mh... 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 Du wirfst mir jetzt vor, als hätte ich... Eine Explosion mit nem Creeper gehabt. Ja. Hallo, wir hatten vielleicht Kuschelmomente? Ähnige Liebe? Dann ist... sind... ist Liebe überfacht in einer... Eine reine Explosion? Ja, mein Gott. Tu mich auch. Mein Gott, da gibt's manchmal Verluste. Mhm. Kann ich mal? Ja, mein Gott. Die Verluste kann man auch verkraften. Kann so was bei dir ist, ne? Das waren nur 10 Stück. Vor allem nur. Wuhuhu! Mein Date ist wieder da! Hallo! Ja, ähm... Also... Die Liebe ist entfacht, würde ich ja nur so sagen, ne? Mh... Aber der Creeper meinte mit mir schon wieder innige Liebe zu haben. Ja. Er hat gezischt. Alte Knalltüte. Hat er mich gesehen, hat der erste... Der erste Blick auf Liebe und dann erst zisch gemacht. Zisch. Flash hat den Gewalt nicht verhandelt. Also richtig. Das ist doch wohl geil! Ja, pass auf, ich mach das jetzt so. Ich grab jetzt einfach weiter, bis ich neue 10 Stück hab. Und dann... Geh ich wieder zu meinem... Ehepartner, Creeper, und dann mach ich einen Heiratsantrag. Das glaub ich dir sogar, dass du es fertig bringst. Mit den Ziele Diamanten, weil... Sonst lassen sich Creeper nicht vereindrucken. Erst ab 10 Diamanten. Glaub ich dir, dass du's machen würdest, dass die Tüle weg sind. Ich hab das doch nicht extra gemacht. Nein. Ich hab nix dafür, dass die Klauwe nicht gegangen ist. Hat nur zisch gemacht. Mhm. Ganz klar. Tausendmal berührt... Tausendmal ist nichts passiert. Tausend und eine Nacht. Und der Creep hat zisch gemacht. Ja. Mann, wer hässcht... Wer hässcht dich doch mal. Du. 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 So ein Kacke. Ach ja. Ah, ist schon wieder zu dunkel, ne? Bisschen nervig. Bisschen nervig. Oh ja. Mein Gott. Okay, Redstone kann ich nicht abbauen, ich habe kein Eisen. Warum wohl? Ja, der Creeper wollte mein Geschenk nicht haben. Verstehen. Wo ist denn jetzt das Problem? Ich weiß nicht, was du hast. Ganz ehrlich, Leute, der stellt sich an, als ob Diamanten so wichtig gewesen wären. Als ob ich da nicht eine Query mitgebaut hätte. Du hättest mich eh nicht aufhalten können, ich hätte eh die Query gebaut. Glaub ich dir auch. Ja, was denn? Meine Dias? Mein Projekt? Hallo, Höhle! Hohoho! Hallo, Höhle! Mein Projekt? Ja, was denn? Die Query war mein Projekt. Die würde ich bauen. Warum hab ich... Warum hab ich die einfach nicht aus dem Mod raus gelöscht? Ja, weil's ja langweilig wär. Nö, wär's ja nicht. Weißt du, wie viel Strom die brauch? Weißt du, wie bescheuert du bist? Ich weiß. Ich hab 10 Dias verloren. Ja, ich weiß, dass ich bescheuert bin. Zu behindert. Gar ein bisschen Mining. Mensch, das haben wir noch nie bei Minecraft gesehen, du. Hm. Jetzt... Guck mal, wie viele Folgen haben wir jetzt? Wir hatten jetzt ein richtig fettes Modpack gespielt, ne? Der jetzt schon längst die Query laufen gehabt. Und zwar 5. Ja, ja, ja. Weil eine reicht ja nicht. Ja, aber nur, dass das eigentlich gar nicht darauf ausgebaut ist. Aus was? Dass das gar nicht darauf aufgebaut ist, das Pack. Ne, das ist ja auch nur Zusatz. Ne, da sind die Handwerker vorbeigekommen aus, aus mein Village. Hm. Ne, und die haben uns halt gezeigt, das ist ne Query. Das ist das Produkt des Jahres. Das müsst ihr haben. Ne? Und dann haben wir gesagt, das brauchen sie. Da haben sie uns ne Liste gegeben. Das müssen wir einkaufen. Warum lauerst du eine so Fichtus? Haha, weil ich's kann. Weil du behindert bist. Ja, sonst würdest du doch nicht mit mir spielen. Hopp, hopp, hopp. Auf zu lügen. Hä? Okay. Du möchtest nicht mit mir mit spielen, dann geh ich halt. Ciao. Tschüss. Ich geh jetzt aber in einen anderen Channel. Tschüss. Mach das. Ich weiß gar nicht, woher, überall können die Leute, glaub ich. Oh, das mal äh. Wo mich die Leute ja überall hören. So, erstmal Eisen brennen. Um erstmal wieder Eisenwerk zu haben. Haben sie bitte einen Moment Geduld, Eisen ist am brennen. Dünn, 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 dünn. Dünn, 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 dünn. Und hier wird es viel zu dunkel. Ja, die Dias, die sind in die Luft gegangen. Ja, die Dias haben sich pengemah. So geht gerade die Melodie. So geht die ziemliche Flash-Melodie, meinst du? Warum nehme ich hier Flash-Melodie? Rämliche Flash-Melodie heißt. Creeper mitten auf dem Feld. Ja, das ist eine Creeper-Pflanze. Oh, Gurgel. Oh, Enderman. Müsste ja Zeitmasse machen. Mach halt so mit. So, jetzt kann ich auch das Lapis abwerben hier. Wohl. Brauche ich ja nicht. War hier eigentlich schon das Enchanten mit Lapis? Nein. Okay. Eins sagt's. Ich frage mich dann, für was man Lapis dann hier braucht. Okay, für Rucksäcke. Hier zum Färben. Blubwins. Schön. Färben für Anti-Block. Alles klar. Tempelburg. Zombie-Armee komplett. Nee. Epic Bacon. Aha. Man kann Epic Bacon. Crap, wie viel... LOL. Guck mal, wie viel Epic Bacon, wie viel Futter das gibt. Ja, was brauchst du dafür? Alle Farben. Alle Farben und Fleisch. Siehst du? Alle Farben ist super schnell hier zu bekommen. Ein Epic Bacon. Okay, den möchte ich kennengelernt. Das ist Coupa echt. Coupa haben eine ganz schöne Sprengkraft hier. Ja, klar. War das Feld auseinander gepflückt? Nicht das Feld. Die Treppe eben. Es ist viel. Ähh... Ja... Verpisst dich überall. ich fresse so hört sich das bei mir an weil die Tanks vor rumschmacken was Soundbacks hast du jetzt drin oder nicht? ja auch wenn ich die raus mache ist genau das gleiche Problem wenn hier ein Enderman in der Nähe ist ein Heftgreif ist was dunkel ist ach mach Licht an ach du kannst mich mal ich sag mal mach Licht an wenn es dunkel ist ja du kannst mich mal das ist falsch gewesen das erinnert mich auch nicht dran zu spawnen die Fischer achso nimm die vor Küpernacht die machen auch Gräber kaputt Junge wo kommst du denn her ich bin oben aus der Höhe oder von hier eher weniger ja die geilen Schnittchen erst mal Loch lecken was du wieder reingespringt hast ne was der Küper war ja wenigstens hat er keinen Fett erwischt schade weil da so viel Abstand zwischen war es ist echt lustig gewesen wäre wenn er wirklich die ganzen Kisten erwischt hätte ich war da ja gar nicht auf der Seite oh Eisen Eisen na das gute Eisen ja sabklopfen hier Löcher flicken damit hier nix spawnt ich hasse die Viecher ne warum sind doch nett sie sind nette Bettgesellen aber ich bin dann auch drin dass die abhauen wenn die zu viel Schaden kriegen die Viecher ja würde ich auch machen ne wenn ich einen Kopfschuss kriegen würde Brut würde ich halt da liegen bleiben Salz Salz für mein Popcorn Salz für mein Popcorn so salzig war ich noch nie behindert ja ich find gleich schon Tiers ich vertraue mir ich find gleich meine beiden Rucksäcke wieder du musst denken mal leb deinen Traum denn der Flash hat nen Knall gewaltig gestörter Vogel wer ich hm klatsch ich hab schon wieder was annähernd Gutes gefunden Redstone mhm jetzt nicht übermaßt an Redstone aber Redstone gefunden und curtain was ich an das erschanas dann nach oben es auf ihr D z